Herzlich Willkommen bei Zocker-Andy Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Och schon wieder schlechtes Wetter. Mit dem Wetter haben wir kein Glück in dem Game. So, wir sollen das Kriegsschiff ausfindig machen und dann entern. Und dem es ein Kriegsschiff ist, wird es spaßig. Schauen wir mal, was hier so los ist. Oh, wow, wow, wow. Da ist einiges los. Was ist das? Hier ist doch irgendwas. Was ist das? Ne, ist nur ein Kanonenbot. Jo, das nehmen wir gerne mit. Wir müssen jetzt hier durch. Wow. Das sind Wellen. Und das Schiff suchen. Da ist was. Irgendwo. Versenken. Okay, den Gleitschutz müssen wir versenken. Dann nehmen wir am besten die Mörser. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Feuer. Feuer. So. Bereit zum Feuern, Käpt'n. Feuer. Feuer. So, jetzt werden wir das rumreißen da. Feuer. Und die fahren schön in unsere Feuerfässer. Das hat super funktioniert. Da bringe ich mich ganz durcheinander. Feuer. Feuer. Ja, Hammer. So der Nächste. Feuer. So, der Nächste, der Nächste. Wie gesagt. Feuer. Schöne Treffer. Feuer. Ja, Käpt'n. So, jetzt reißen wir uns wieder rüber. Weil die fahren jetzt eh so schön in die Feuerfässer, oder? Ne, nicht mal. Die haben keinen Bock mehr. Feuer. Ja, die sollen uns ruhig rammen. Sie sollen es probieren. Oh, das ist mit meinen Feuerfässer. Hallo? Hm, wollen nicht. Okay. Es geht auch anders. Haben wir versenkt. Feuer. Ein Wrack mehr. Feuer. Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Ja, ich bemühe mich. Aber das hat ordentlich funktioniert. Unser Schiff ist auch noch ziemlich heil. Sie vertreibt das. Mehr Segel. Gebt mir mehr Segel. Alle aus dem Großberg. Hier sind unsere Feuerfässer. Los. Jetzt haben wir jetzt herbeuten. Lass mich verarschen, du kleines Boot, ey. Bäm. So, und jetzt sink. Okay, die haben wir versenkt. Beute. Alles klar, wo ist das Kriegsschiff? Britisches Kriegsschiff, entern. Boah. Schaut euch mal das an, was das Leben hat. Das wird hart werden. Aber ich freue mich auf einen guten Kampf jetzt. Das liegt vor Anker oder so. Alles klar, ist man auch lieber. Vielleicht müssen wir da jetzt nicht gar nicht so... Ah, doch. Oh, scheiße. So, die wollen uns rammen. Das können sie versuchen, bis wir erleibernd. Sind so blöd und fahren wahrscheinlich nur in die Dinger da rein. So. Jetzt nehmen wir sie wieder unter Beschuss. Alle hopp. Rübergedreht. Wow. Das Ding. Ja, die kriegen jetzt schöne Breitzeiten. Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Ja, ich versuche jetzt. Geben Sie Befehl, Sir. Feuer. Ist nicht so leicht. Ich sehe schon gar nichts mehr, was so hier raucht. Mal rüberdrehen hier. Dreh dich. Jetzt jeden Fall Segel. Feuer. Da ist sie am schwächsten, Käpt'n. Wir wollen uns wieder versenken, oder was? Ah, sollen sie probieren. Sollen sie probieren. Käpt'n, da, Mörser. Ihre Feuerkraft ist unglaublich. Halt Abstand. Feuer. Wird nicht Abstand gehalten. Die werden jetzt versenkt. Die kriegen aber schöne Treffer. Aber ich glaube, wir sollten uns wirklich ein bisschen verpissen hier. Aber die nimmt guten Schaden, Leute. Feuer. Ein gut platzierter Schuss. Feuer. Die Schwarzstelle ist ungeschützt. Schießt. Ich versuche, die zu treffen. Feuer. Halt Abstand. Halt zum Scharf. Das Pies wird uns versenken. Feuer. Ne, ne. Die Wir versenken die. Keine Angst. Feuer. Können Sie sie lahmlegen. Feuer. Ja, wir haben sie. So, und jetzt wird die geändert. Es wird auch ein guter, schöner Kampf werden. Oh, was für ein Schiff, ey. Geiles Kriegsschiff. Wirklich. War ein guter Kampf, obwohl ein bisschen träge, diese Kriegsschiffe. So, S. Enter. Entern. Was machen wir? So, 20 Crews töten und den Käpt'n töten. Also Crewmitglieder. Plus den Käpt'n. Ah, das wird schon ein bisschen... Oh. Oh, die ist groß. Oh, da kann ich gar nicht draufziehen. Ich glaub, da müssen wir rüber. Das wird so nix. Alles klar. Machen wir's. So, haben wir schon ein paar. Head's up. Aua. Der ist weg. Äh. So, haben wir wieder einen und der Nächste. Zack, 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 zack. Der ist tot. Und der Nächste. Und der Nächste. Aua, 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 aua. Au, au, au. So, jetzt gehen wir uns ja langsam zum Käpt'n. Hekta. Der ist hier, der feige Hund. Hallo. What? Au. Na los. Oh, jetzt hat uns der tatsächlich gekriegt. Was war denn das für ein Scheiße? Ich drück die ganze Zeit Leertaste und er in den Schwert rein. Leertaste bedeutet aber, dass ich ihn aus der Deckung locke oder so. Oh, also das ist scheiße. Scheiße. Ich will jetzt nicht sagen, es war ein Bug, aber es war auf jeden Fall scheiße. Mehr Segel, alle Segel. Alle Segel klar zum Setzen. Feuer. Topsegel rechts. Ja. So, die Eskorte werden wir gleich versenken. Feuer. Lasst uns versenken, Kenway. Feuer. Die wurden furchtiert. Drehen, drehen. So, ihr kriegt jetzt gleich eine Breitzeite, ihr Säcke. Feuer. Wir stehen am Tor zur Hölle. Ihr schießt auf uns. Ja. Feuer. Man müsste damit leben, dass ich euch versenke. Feuer. Feuer. Gegner, feuert. Verlaubt uns. Feuer. Egal von Lokalfall, Rammenkämpfen. Feuer. So, der ist weg. Geht gleich unter. Einfluss in die Wannen, alle Segel. So, meine Freunde, wartet nur. Feuer. Feuer. Auf dein Zeichen. Oh. Feuer. Alles ausreichend. Die Wannen, alle Arme. Wird nichts gerammt. Die wird versenkt. Aber wir können die Jacksauels reparieren, indem wir die entern. Denn mit einem Kriegsschiff sollten wir uns anlegen, wenn wir nicht beschädigt sind. Und geentert wird. Zehn müssen wir erledigen. Aber was ich nicht verstehe vorher ist. Ihr seid alle tote Männer. Dass wir die eigentlich... Weiß ich nicht. Er hat das nicht recht gemacht, was wir von ihm wollten. Das finde ich jetzt nicht so toll. Warte, das ist der Schauber. 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 Einer weniger. Und der nächste. Aua. Was erlaubst du dir? Weg ist er. So, einer noch. Aua. Und wir haben es geschafft. Schiff ist eingenommen. Gleich die Jacksau reparieren. Kniet euch nieder, Engländer. Vor eurem Boss. Und zukünftigen Herren. Super. Schiff ist repariert hoffentlich. Waren geplündert. Oder? Ja, wir sind wieder voll. Jetzt werden wir das große Kriegsschiff hier platt machen. Beziehungsweise wir könnten jetzt die Beute hier natürlich noch abgreifen, was wir auch machen. Nichts, das ist ein Kriegsschiff. Böse, feue nicht. Mit jeden fetten Stoff in den Wind. Au. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. So, das kriegt jetzt mal eine Breitseite, dass es weiß, wir sind hier. Feuer. Feuer. Ja. So, jetzt lassen wir es mal da in unsere Fässer reinfahren. Oh, wir sind voll in deren Schussweite. Die pfeffern da ordentlich. Aber wir geben denen auch Gas. Feuer. 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 Es ist ein großes Schiff mit starker Feuerkraft, aber unsere Feuerkraft ist jetzt auch nicht zu unterschätzen und es ist träge. Feuer. Mach ich, mach ich. Feuer. Oh, das hat gesessen. Feuer. Das ist die Worte, das wird sie versinken. Aua. Oh, der tat weh, der tat weh. Feuer. Wir verkraften keinen Treffer mehr. Ja, wir müssen außerhalb der Kanonen reichleiten. Ihre Kollegen sozusagen schießen auch auf uns. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Feuer. Feuer, Feuer, Sir. Da, Captain. Eine Seite genau da rein. Feuer. Feuer. Ja, ha, ha, ha. Feindliches Feuer. Wer hält zu feuern? Feuer. Wir sind gleich treibgut, Cap. Feindliches Feuer. Ein Schuss noch. Feuer. Wir haben sie, oder? Haben wir sie? Ja, jetzt müssen wir es nur noch entern. Oh, schnell, bevor wir versenkt werden. Ah, schnell, bevor wir versenkt werden. Wir müssen den Käpt'n töten. Ich glaube, versenken darf ich es nicht. Ich muss es entern. Es wird ganz knapp, das Ganze hier. Das wird jetzt echt knapp. Oh. Das wird wirklich knapp, Leute. Hoppala. Und verdrückt. So. Pistole möchte ich gerne haben. So. Ah. Ah. Ah, das bringt nichts. Wir müssen rüber. Sonst wird das nix. Hopp. Au. Wow. Counter. Und jetzt runter mit dir. Zuerst die Crew hier platt machen. So. Neun haben wir. Oha. So. Geh runter. Den haben wir gecountert. Den machen wir jetzt auch platt. Elf haben wir. Nächster. Nächster. So. Das geht jetzt gerade. Zack, zack. Yeah. 15. Nummer 16. Bald. 17. 17. Und jetzt noch den Käpt'n. Der ist da hinten. Weg. Wir haben's. Yeah. Wir haben es. Britisches Schiff entern. Jo, haben wir geschafft, oder? Wuhu. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.